Hallo Knusperkekse und Blubberherrschern. Herzlich willkommen zurück in Batman Arkham Knight. Der Papa, der wird jetzt hier wieder auf Verbrecherjagd gehen. Die Hauptquest sagt uns, wir müssen hier irgendwo in irgendeiner Fulconi-Fabrik müssen wir Mikrowellen... Äh, viel zu technisch. Scheißegal, wir müssen auf jeden Fall irgendwo hin, wo der grüne Pfeil uns hinzeigt. Und Oracle wird uns dann helfen, hier die Signatur von Scarecrow's Toxin, den Herstellungsort für dieses Scheiß Toxin zu finden. Irgendwas, ich hoffe, ich kann auf jeden Fall... Ihr seht schon, der Papa, der hat hier weniger was mit Technik und Biologie am Hut. Der Papa, der will hier lieber die Bösen verkloppen. Tja, und da sagt mir jetzt die Quest noch 80 Meter. Da steht schon Falcone ganz groß und ich kann hier nicht hoch, also muss ich da hinüber. Okay, 50 Meter. Oh, seht mal, Gegner. Mal da hoch. Lass mal da nach oben schwingen. Jawohl. Aha, die sind in dem Gebäude drin. Passt. Okay, was sagt mir das Spiel jetzt hier? Detektiv-Modus anschalten. Als würde es dazu kommen. Scarecrow hat gesagt, er würde hier sein. Und jetzt? Wer du mich fragst, ist der Paranoid. Und jetzt? Ich würde gerne mal sehen, wie du ihm das... Fünf Soldaten. Aha. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Ich muss einen Aussichtspunkt erreichen und sie herauslocken. Okay. Aussichtspunkt erreichen und sie herauslocken. Gut, lass mal den nach oben. Und jetzt möchte ich die herauslocken. Lass mal hier ein Batarang werfen und mal sehen, ob die reagieren. Wie kann ich denn hier ein Batarang werfen? Hä? Warum kann ich denn... Wenn ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Oh, seh mal. Batarang. Und? Jawohl. Mal sehen, ob das klappt. Hey, hört ihr das? Da draußen ist jemand. Hä? Zwei, schaut mal nach. Perfekt. Na, kommt nur raus, ihr zwei Schisser. Okay, jetzt werde ich die ausschalten. Wie mache ich das denn jetzt? Trennen die sich? Das ist schon mal richtig gut. Ich werde mir gleich... Der geht hier hinter das Gebäude. Das ist natürlich ein Fehler. Oh, scheiße. Wie kann ich denn schleichen? Alter, scheiße. Wie schleiche ich denn? Oh, warte. Geräuschloses Ausschalten. Pam. Jawohl. Alter, wie geil. Und der sieht mich nicht. Seht mal, der sieht mich nicht. Haha. Okay. Ne, ich will gleich werfen. Hör auf. Alter. Drücke hier immer den falschen Knopf hier. Das gibt es doch nicht. Ach, jetzt kann ich ducken. Pass auf, ducken. Ne. Alter, schon wieder falscher Knopf. So, Geräuschloses Ausschalten. Hehehehe. Mehr wenigstens den Knopf, finde ich. Okay. Wen rufe ich denn jetzt an? Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. Drei Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne. Jawohl, schicken Sie ihn, Lucius. Hol den neuen Batsuit ab. Uhuhuhu. Hier habt ihr gesehen. Hol den neuen Batsuit ab. Okay, Alter. 40 Meter. Ah, ich. Das ist ja gleich hier. Jetzt, pass mal. Komm. Oh, da ist wieder der Batwing. Oh, komm, bring mir den neuen Anzug. Bring mir den neuen Anzug. Jawohl, was für ein Auftritt. Haha, was für ein Auftritt. Wie geil. Lass mal öffnen. Hoffentlich kann ich mit dem neuen Anzug jetzt hier eine Panzerfaust verschießen. Oh, geil. Jetzt gibts mal so richtig auf die Fresse dann für die bösen Jungs. Alter Schwede. Jetzt bin ich selbst ein Panzer. Seht euch das an, ey. Mit dem Ding könntest du... Alter, du wärst... Du bist wie ein Roboter. Ist wie Pacific Raven. Einfach in den Roboteranzug hineinschlüpfen. Jawohl. Alter Fuchs. Ultis Fuchsele. Und jetzt noch schön die Maske auf. Jawohl. Tja. Batman. Und Mr. Wayne, ich zeige es Ihnen. Die äußere und innere Schicht des Anzugs bestehen aus dreifach gewebtem Titanium. Das Interessante ist, was zwischen diesen Schichten passiert. Das MR-Fluid von Wayne Tech verhärtet sich bei einem Treffer. Mit dieser Schlagabsorption können Sie mehr Kraft in Ihre Konterangriffe legen. Die flüssige Rüstung ist flexibler, als Sie es von den Fasern gewohnt sind. Die größere Beweglichkeit können Sie nutzen, um mehrere Gegner rasch hintereinander auszuschalten. Der Anzug ist kompatibel mit dem elektromagnetischen Ausstoßsystem des Batmobils. Sie werden wie ein Geschoss aus einer Magnetkanone abgefeuert. Apropos, der neue Greifhaken zieht Sie ebenso schnell nach oben. Keine Sorge, Mr. Wayne. Der Anzug hält die Gehkräfte aus. Nur passt. Dann werden wir diesen Anzug jetzt gleich mal hier benutzen, um die Bösen auszuschalten. Lusch, jetzt halt mal die Fresse, wenn der Papa hier am Quatschen ist. So. Drei Schützen, eine Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Okay. Der neue Anzug ist schneller und beweglicher. Wenn ich mich anschleiche, kann ich Sie überraschen und alle drei ausschalten, bevor Sie wissen, was eigentlich los ist. Okay, machen wir das. Oh, wie geil. Oh mein Gott, wie geil. Geile Kombo. Ho, ho, ho. Zu cool, alte Schwede. Was für eine geile Kombo. Ich, also, das ist mein Lieblingsmove ab jetzt. Ich werde versuchen, nur noch mit diesem Move hier die Gegner auszuschalten. Tja. Ja, das mache ich doch glatt, alte Schwede. So. Nichtsdestotrotz. Ich muss hier raus. Ne? Mach. Tür auf. Tür auf, nein. Was? Alter, du sollst hier nicht rumspringen. Was? Warum macht denn der jetzt? Ich brauche Zugriff auf die Konsole. Oh. Ach ja. Die Mission. Die Quest. Die Mission. Habe ich hier gar nicht gemacht. Ich habe hier einfach nur alles umgehauen. Okay. Oracle. Der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, komm schon. Verbinde dich. Super Anzug übrigens. Danke, Baby. Okay. Beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow. Finden wir Scarecrow. Machen wir das? Okay. Jetzt kann ich raus. Die Türen sind offen. Und hier habe ich anscheinend nichts mehr zu tun. Okay. Da steht der Bulle, den wir befreit haben. Und jetzt? Oh, oh. Wow. Ich muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Aha. Mikrowellenempfänger, Funkempfänger. Okay. Oh, warte mal. Das steuer ich. Hey, warte mal. Ah, seht mal, die Zeichen. Aha, das eine ist Mikrowelle und das andere ist Funk. Und überall... Warte, da hinten. Oh, seht mal, da läuft jetzt ganz heftig. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. No, bitte. Das haben wir ja schnell herausgefunden. Ich habe das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Tiefloach stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Passt. Wieder mal hervorragend hier... ein Teil des Spiels hier absolviert. Und damit mir das Video nicht zu lange wird, werde ich das jetzt beenden mit den Worten Okidoki, Klosperkekse und Blubberakschien. Herzlichen Dank, dass ihr euch mein Let's Play angesehen habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spass. Wenn ihr den hattet, dann abonniert meinen Kanal. Wer sagt, Ne Papa, du hast hier ja viel zu cool und viel zu smooth die Gegner ausgeschalten. Wenn ihr das denkt, dann hilft dir nur eines, nämlich abonniert meinen verdammten Kanal. Wie auch immer ihr euch entscheidet. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. 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 Vielen Dank.